Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute, Leute, los ich mal die 80 Abonnenten-Verlosung aus. Und zwar geht es um den Schneemann. Und diese Personen machen alle mit Roblox-Sucht, die Mona, RBX, Emilia, Bosen, Bosenina, es tut mir leid, wenn ich jetzt komplett falsch ausgesprochen habe, Zim, Slim, Foxy und Andrea Großmann war das, glaube ich, ja. Und ja, es machen fünf Personen mit, Leute, und ich würde sagen, let's go. Ich bin mega gespannt. Und Slim, Foxy, es tut mir sehr leid, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Du hast den Schneemann gewonnen. Und an die Personen, die leider nicht gewonnen haben, tut es mir sehr leid. Es ist sicher nicht die letzte Verlosung. Ähm, ja. Und er hat auch geschrieben, er hat noch nie bei einer Verlosung gewonnen. Deswegen würde ich ihm was sagen. Ähm, also ihm schreiben, du hast die... Äh, ne, Moment. Du hast den... Ähm... Schneemann... Gewonnen. Ähm, so. Du hast den Schneemann gewonnen. Ich hoffe, du freust dich, wenn du dieses Video vielleicht anschaust. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon befreundet sind. Ich habe ein paar Freunde. Also schreib es mir doch bitte. Ähm, ich frage ihn auch nochmal, wie ist... Ist... Dann... So. Ja, okay. Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau.